Und die Baldur sieht noch Nächten geschrien aus Mose, und Nähe Nächten geschrien aus Mose, und Kola Johim Scherifnizeh geschrien aus Mose. Danach Rachmanel Islam, Chore Beys Amigdus, Hainz in die Fiyade, Hainz Betog, diese Fuhm Verstandig, was diese darf sein, der geschrien aus Moseichste. Wir kommen uns nicht einig von Abschettung, das ist ein Loch in Tehre. Also in Tehre steht, Mische, wenn ich nicht mehr Beys Amigdus bejahe. Es gibt, ich kach, ich kach. Stellt mir sich vor, Bischach, was nicht mehr Beys Amigdus, und dabei steht ein, was ist ein hartes Ried, ein stimmendes Ried mit allen Ere. Und das war es, ich kach, was ist ein hartes Ried, ein Stimmendes Ried mit allen Ere. Und das ist ein gekehrt, das ist ein hartes Ried, so steht ein hartes Ried und ein hartes Ried, und ein hartes Ried, ein hartes Ried. Kach, das ist ein hartes Ried. Und das ist ein hartes Ried.